Hallo und willkommen zurück hier bei eurem mitbebande in neuer Folge StarCraft 2 1 vs 1 gegen den ZenZ, einem wiederum einen Zufalls-Dia-Spieler. Heute gibt es anscheinend nur Zufall, aber dann ist es halt so, ich gehe mal wieder scouten mit einer Drone. Und wir spielen heute mal, ich habe mal Bock auf Hydras. Also alles into Hydras. Schauen wir mal, was der Gegner erstmal ist und dann können wir unseren Plan vielleicht noch ein bisschen verfeinern. Habe ich kein Omrod gebaut? Doch eigentlich schon, ne? Ja. So, du fliegst dorthin, du fliegst da hin, die ist noch nicht da. So, wir nehmen dann schon mal, bei Zufall, immer Pool first. Hau hier Terraro. Oh, ne, wir haben mal ein Zwerg, Z4Z. Jetzt hätte ich ihn noch blocken können, jetzt hätte ich ihn noch blocken können. Schade. Also in Z4Z. Dann dürfte er noch kein Pool haben. Wir wollen ja keine Minervals verschwenden. Ja, drohend fleißig, ja drohend, drohend, drohend. Und Gas jetzt. Okay, dann können wir jetzt auch die Echse nehmen. Also wir haben mal mit Bailing eröffnen müssen. Wir brauchen mehr, mit Bailing eröffnen müssen. Hilft dir alles nichts. Mit Bailing. Aber erstmal schön weiter hoch drohen. Geht trotzdem weiter scouten. Sicher ist sicher. So, Speed kommt. Als nächstes dann noch eine Green. Pool kommt jetzt erst. So, wir fahren nach Hause. Nur mal kurz geärgert. So, als nächstes dann noch ein Spanienest. Tja, dann müssen wir gucken, wie gut die Kämpfe sind oder nicht sind. So, hier Queen. Hier kommt die Queen. Wir bauen ein paar Linge. Stecken die Linge aber hier. Und bauen dann erstmal eine Queen. Oder warten auf die Queen, besser gesagt. Speed ist recht durch. Und holen uns einfach mal den Oberlood. Wir brauchen mehr Oberlood. So, den haben wir auch bekommen. Das ist sehr schön. Kommt ganz dahin. Hier geht es wieder nach oben. Bailing ist es durch. Wir brauchen mehr Oberloods. Ja, Ex, nochmal eine Runde. Und ich brauche mehr Oberloods. Gibt es nicht. Jetzt zeige ich mir Oberloods. So, alles bekommen. Wir gucken mal vor. Hier USA. Wir brauchen mehr Oberlood. Wir brauchen das. Wir brauchen mehr Oberlood. Wir brauchen das. Und gucken wir mal hier rein. so haben noch ein paar sachen bekommen er hat ordentlich ecken verloren es passt also soweit wir machen weiter stress und weg zu vergessen nur eine base nehmen okay er hat roaches das ist okay gehen wir selber auf roaches drohen eine kurze runde hoch und klingeln in all in wie es aussieht gg ja da haben wir den zerk wohl komplett back all in so was war der der war noch nicht gewöhnt ok 86 apm oder eigentlich recht gut gespielt ich bin ja mal mal storken war schon mal team meister was seine main race ist anscheinend rotos ok ich würde sagen wir sehen uns am endgott oder in der nächsten folge bis dahin tschüss europ auf Vielen Dank.